Ja, geht los? Hallo Energie-Fans, ich bin Kevin Müller. Es war noch etwas müde, weil ich aus dem Trainingslager aus Österreich gerade angereist bin. Aber ich hoffe auf eine hoffentlich geile Saison und ein volles Stadion am Wochenende. Und ich soll euch noch schöne Grüße von Thorsten Kirschbaum ausrichten. Er hat mir Korpus wärmstens empfohlen. Also, bis Samstag. Sonntag.